und das iron pack von gau viel spaß ok leute wir fangen jetzt mal an mit dem iron pack von gau wir machen erstmal die 15 gramm raketen also einmal die hier und einmal die hier also rot und orange ich will gar nicht wissen wie viel die 20 gramm oder wie die 20 grammer sind jetzt kommen die 20 krammer das war ein stück wieder sind die gut das waren die letzte die sind voll gut wow schöne raketen muss man sagen